Niederlage in Straßburg, Frankfurt droht es Europa aus. Eintracht Frankfurt hat in der Europa-League-Qualifikation große Mühe beim französischen Club Racing Straßburg. Nach dem 0.1 im Elsass stehen die Hessen im Rückspiel gehörig unter Druck. Straßburg, deutsche Presseagentur, minus die Europa-Party von Eintracht Frankfurt droht in dieser Saison auszufallen. Noch ohne Tor Jäger Bastorst, der bei Sporting Lissabon weiter in der Warteschleife hängt, verlor der hessische Fußball-Bundesligist am Donnerstag das Playoff-Hinspiel bei Racing Straßburg mit 0.1, 0.1 und muss ernsthaft um den Einzug in die Gruppenphase der Europa-League bangen. Lucien Soi traf in der 33. Minute zum verdienten Sieg für den französischen Liga-Pokal-Gewinner. Nach der ersten Niederlage im siebten Saisonpflichtspiel muss der Vorjahres-Halbfinalist aus Frankfurt im Rückspiel am kommenden Donnerstag vor heimischer Kulisse deutlich zulegen, um das selbst gesteckte Ziel noch zu erreichen. Wir waren nicht bereit, wir haben uns vorne überhaupt nicht bewegt, sagte Trainer Ade Hütter bei Nitro über die schwache erste Halbzeit, nach der er den kroatischen Wisse-Weltmeister Ante Rebic vorm Feld genommen hatte. Diese Leistung, das passt einfach nicht. Sich in so einem wichtigen Spiel so zu bewegen und zu verhalten. Deshalb habe ich ihn erlöst. In der zweiten Hälfte habe er eine komplett andere Mannschaft gesehen. Sportvorstand Fredi Bobic sah das ähnlich. Nach dem Wiederanpfiff haben es die Jungs richtig gut gemacht. Straßburg hat eigentlich gar nicht mehr stattgefunden. Nächsten Donnerstag wird es richtig spannend werden, sagte er. Gelson Fernandes befand, wir haben leider kein Tor geschossen, dennoch könne das Team auf der zweiten Halbzeit aufbauen. Schon zu Beginn hatte die Mannschaft von Trainer Ade Hütter deutlich mehr Mühe als gegen die europäischen Leichtgewichte Flora Tallinn und FC Waduts in den vorausgegangenen Quali-Runden. Racing spielte vor rund 22.000 Zuschauern, darunter auch der designierte DFB-Präsident Fritz Keller, mutig nach vorne. Wir fliegen nach Europa, hatten die Straßburg-Fans auf ein Plakat geschrieben. Dimitri Linard vergab die erste große Chance der Gastgeber, 12. Hütter hatte seine Startelf gegen den Tabellen 13. Der französischen Ligue 1 im Vergleich zum Liga-Auftakt, 1.0 gegen Hoffenheim, auf einer Position verändert. Lucas Toro spielte für Dominicco im defensiven Mittelfeld. Im Sturm durfte Ante Rebic nur eine Halbzeit lang auflaufen. Für den unauffälligen kroatischen Wisse-Weltmeister kam nach der Pause Goncalo Paciencia. Gefordert war der Bundesligist in den ersten 45 Minuten vor allem in der Defensive. Vorne leistete sich das Hütter-Team ungewohnt viele Fehler, das Spiel der Eintracht wirkte überhastet. Erst nach dem Seitenwechsel agierte Frankfurt mit mehr Schwung. Philipp Kostic hatte in der 29. Minute die erste gute Gelegenheit, den Freistoß des Serben konnte Straßburgs Torwart Metzels aber ohne große Mühe parieren. Die Franzosen, die 2011-12 noch mit großen finanziellen Schwierigkeiten in der 5. Liga gespielt hatten, präsentierten sich zunächst deutlich abgeklärter. Zoi traf nach einer schwach verteidigten Ecke aus dem Gejommel heraus. Wir sind zu ungenau und lassen uns herausloggen. Wir müssen kompakter spielen, sagte Sportbedirektor Bruno Hübner in der Pause bei Nitro. Hütter brachte neben Paciencia auch Sebastian Rode für Mijad Garzinovic. Kurz nach dem Wiederanpfiff vergabte Jekamada zweimal die Chance zum Ausgleich, 46. und 50. beim zweiten Schuss des Japaners berührte Racing-Verteidiger Alexander Jeku den Ball leicht mit der Hand. In der Folge setzte Frankfurt den Gegner stärker unter Druck, in der Abwehr blieb die Eintracht aber anfällig. Neuigkeiten zum Transfergeranne um Dost gab es am Donnerstab in zunächst keine. Ob sich das bis zum Auswärtsspiel der Frankfurter bei RB Leipzig am Sonntag, 15.30 Uhr, ändert, ist offen. Wir hoffen natürlich, dass es über die Bühne geht, hat die Hütter vor dem Spiel bei RTL geöffnet.